Montag. Pfingstmontag. Berlingen in der Schweiz. Top Wetter. Da hinten haben wir einen Zeppelin in der Luft. Hier kannst du echt den Boden sehen. Hier kannst du echt den Boden sehen. Hier kannst du echt den Boden sehen. Kallmauer. Und los. Ja, wir kommen gerade aus Rorschach. Oder Rorschau hieß der, glaube ich. Rorschau? Rorschach? Schweineteuer hier. Musst du sehen, wer kommt. Die haben sie nicht alle hier. Die wissen schon, wie sie an die Kohle kommen. Gerade zwei Brötchen bezahlt. Ein Eiskaffee und ein Cappuccino. 16 Euro. Da ist mir der Glatterblaugenbrötchen im Hals stecken geblieben. Also so was. Ja, da fahren wir jetzt weiter. In diese Richtung. Wir haben uns hier Glück gehabt. Mit dem Wetter. Gestern Abend allerdings drei Anleute gehabt. Mit dem Sachen Zeltplatz. Alles war belegt. Ja, logisch. Pfingsten. Hier unten ist die Hölle los gewesen. Viele Reisen auch heute wieder ab. Unmengen an Fahrradfahrern unterwegs. Unmengen. Aus allen Herren Ländern. Überall sind Gruden. Überall sind Gruden. Also versorgen tun die die hier unten. Die wissen schon, wie ich schon gesagt. Die wissen schon, wie seine Kohle kommt. Mal sehen, was meine Mausi macht. Mal sehen, was meine Mausi macht. Ah, ich glaube, die studierte Karte. Ah, aber ein paar von zu viel, oder? Was? Wo hat sie sich denn versteckt? Ah, da. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Hast du die Foten auf der Karte? Ja, zeig mir mal. Wo, 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 wo? Wo sind wir denn? Da sind wir jetzt. Kann man nicht erkennen, oder? Wo? Zeig nochmal mit dem Finger. Da sind wir jetzt. Ah, Berlin, genau. Alles klar, gut.